Oh. Oh, hält sich da. Das ist sehr eilig gehabt, aber hält sich. Boah, was für ein Stress für die beiden. Das ist total Stress. Der Konterer hin direkt nebenan. Keinen Fehler machen und jetzt besser machen als eben. Ich hab's nicht erkannt. Ich hab's nicht erkannt. Wir gucken uns die Slow-Mo an. Diese Slow-Mo will ich sehen. Und jetzt schauen wir mal. Sie landen ziemlich zeitgleich auf der Matte. Nee. Oh, guck dir das an. Ist das knapp. Also knapper war es noch nie bei Big Bounce. Einer war zwei Hundertstel. Schneller am Buzzer. Zwei Hundertstel. Und der Gewinner ist Leander. Leander.